In diesem Video geht es um diese winzig kleinen Hörgeräte im Ohr. Mein Name ist Maximilian Bauer von Neues Hören in München und in diesem Video werde ich Ihnen 8 Fragen zu kleinen Hörgeräten im Ohr beantworten. Und los geht es. Frage Nummer 1. Sind Immorgeräte für alle Menschen mit Hörminderung geeignet? Als Antwort auf diese Frage würde ich gerne mal mit dem Anpassbereich für Immorgeräte starten. Sie sehen, man kann schon einiges damit versorgen, also von leicht bis hochgradig definitiv. An Taubheitgrenzen nicht mehr, aber wir haben nicht wie früher die Rückkopplungsprobleme. Wenn Ihr Gehörgang also nicht zu klein, also ich spreche hier von wirklich Millimetern im Durchmesser ist, oder Sie einen stark laufenden Gehörgang haben, können wir Sie sehr, sehr wahrscheinlich mit Immorgeräten versorgen. Frage Nummer 2. Habe ich bei einem Immorgerät immer einen starken Okklusionseffekt? Okay, was ist denn überhaupt ein Okklusionseffekt? Der Okklusionseffekt ist ein Gefühl des Verschlusses. Man hört seine Stimme, es wird immer als schallig beschrieben, nachhaltig, zu laut, störend. So, dieses Problem haben wir jetzt aber nicht speziell bei Immorgeräten. Das kommt immer mal wieder vor. Wenn man Immorgeräte so macht, dass sie tief genug im Kanal sitzen, ich blende hier mal eine Grafik dazu ein. Wenn also das Hörgerät tief genug im Gehörgang sitzt, hat man keinen Okklusionseffekt. Auch nicht bei einer leichten Schwerhörigkeit. Frage Nummer 3. Werde ich Probleme mit Rückkopplungen bekommen? Also pfeift mein Hörgerät? Ja, also zugegeben ist es so, dass Immorgeräte immer etwas leichter pfeifen als Geräte hinterm Ohr, weil bei HDO-Geräten ist es tatsächlich so, der Weg des Schallaustritts bis zum Mikrofon sind ungefähr 7 cm. Also wir haben so einen Abstand zwischen Mikrofon und Schallausgang. Bei Immorgeräten ist es halt in der Regel einfach so, dass das vielleicht 1, 2 cm sind. Sie können sich das ja hier mal anschauen. Also hier ist der Hörer, da ist das Mikrofon, sieht man das? Ja. Da ist halt die Wellenlänge einfach eine andere und es kommt leichter zu Rückkopplungen. Aber die gute Nachricht, seit die digitale Feedback-Cancelung, also die Unterdrückung des Pfeifens so gut geworden ist wie jetzt, ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich fast keine Probleme mehr haben. In dem Moment, wo die Schale richtig sitzt, das Hörgerät richtig eingestellt ist, sollten Sie da wirklich keine Probleme haben. Frage Nummer 4. Sind Immorgeräte teurer als hinter dem Ohrgeräte? Ja, meistens ist es so, dass die ein wenig teurer sind, aber wenn Sie die Hinterohrgeräte plus die Otoplastik rechnen, kommen Sie meistens auf den gleichen Preis. Für so ein kleines Mini-Immorgerät zahlen Sie in der Regel nur wenige 100 Euro selbst, wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind und eine gültige ohrenärztliche Verordnung besitzen. Frage Nummer 5. Wie sieht es mit der Reparaturanfälligkeit aus? Ja, und weil ich mich jetzt da nicht auf mein Bauchgefühl verlassen wollte, habe ich tatsächlich mal bei Starkey, dem größten Immorgerätehersteller der Welt, angerufen, in Klammern, ich glaube, dass es der größte ist, und gefragt, wie schaut es damit aus? Und nach einer Woche hatte ich die Antwort und tatsächlich ist es leider so, Immorgeräte werden doppelt so häufig repariert wie Geräte hinter dem Ohr. Das liegt wohl daran, dass die Technik auf engstem Raum komprimiert ist und deswegen heißt es, wenn Sie sich ein Immorgerät anschaffen, bitte unbedingt auch ein Trockengerät oder eine Trockenkapsel dazunehmen und jeden Tag trocknen oder besser gesagt jede Nacht trocknen. Frage Nummer 6. Wie sieht es mit der Konnektivität aus? Mit Konnektivität meine ich jetzt nicht nur das Anschließen an eine App, also die Regelung der Lautstärke, verschiedene Hörprogramme, sondern auch das Streaming. Die einzigen Immorgeräte, die das bis jetzt können, heute ist der 14.12.2020, sind Geräte, die haben ungefähr diese Größe und das sind ja die ganz kleinen. Also die können nicht streamen, das bedeutet, dass Sie darüber Ihre Musik aus dem Handy im Hörgerät hören oder einen Podcast lauschen, am besten unseren. Bei kleineren Geräten, die nicht selbst direkt streamen können, funktioniert das aber ganz gut mit solchen Zusatzgeräten, wie hier zum Beispiel das Videx Comdex. Da tragen Sie eine kleine Schlaufe um den Nacken und schon können Sie streamen vom Handy, den Fernseher auf, direkt im Ohr hören oder was Sie halt sonst gerne hören. Frage Nummer 7. Welche akustischen Vorteile bringt mir ein Immorgerät? Und das ist wohl die beste Frage und der größte Vorteil eines Immorgerätes und zwar, also ich habe hier nochmal ein kleines Gerät für Sie, hier vorne an der Außenseite des Hörgeräts ist das Mikrofon angebracht, was den Schall aufnimmt. So, und wie Sie sehen, ist die Schallaufnahme genau im Gehörgang, wenn ich es mir dann so einsetze. Was bedeutet, dass die Ohrmuschel, die uns die Evolution geschenkt hat, nicht umsonst am Kopf angebracht ist, sondern sie bündelt den Schall und wir haben ein natürliches Richtungshören, ebenso eine Windgeräuschunterdrückung, weil das Mikrofon eben tief im Gehörgang drinnen sitzt. Man braucht also keine digitale Windgeräuschunterdrückung und man braucht keine digitale Mikrofondirektionalität. Macht das Ohr alles von selbst und was es von selbst kann, kann es auch am besten. Letzte Frage, Frage Nummer 8. Was ist unauffälliger, ein Gerät im Ohr oder ein Gerät hinter dem Ohr? Ich blende Ihnen jetzt mal eins hinter dem Ohr, ein wunderschönes und eins im Ohr ein und jetzt können Sie selber entscheiden, was Sie schöner finden. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann schenken Sie mir doch ein kleines Herzchen da unten oder ein Like auf dieser Seite. Abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie gern noch mehr Videos über Hörgeräte sehen möchten und vergessen Sie nicht, das kleine Glöckchen daneben zu drücken. Wenn Sie Fragen zu dem Video haben, dann schreiben Sie mir entweder in die Kommentare oder an maxbauer.neueshören.com Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao, ciao. Halt, noch nicht wegschalten. Kurze Info zum Schluss. Wenn Sie sich für das Thema Hörgeräte generell interessieren, berate ich Sie natürlich hier gerne bei uns im Fachgeschäft Firma Neues Hören in München Fürstenried West. Die Adresse blende ich jetzt hier ein. Wenn Sie nicht zu uns kommen können, weil Sie zu weit weg wohnen, habe ich ein Partnernetzwerk für Sie erschaffen. Die Adresse blende ich jetzt hier ein. Da sind die Top-Akustiker Deutschlands aufgelistet. Ich hoffe, es ist in Ihrer Region einer dabei. Wenn nicht, können Sie mir auch gerne schreiben und ich suche mit Ihnen zusammen einen der besten Akustiker für Sie raus. Ich hoffe, meine Videos gefallen Ihnen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.